Was machen denn Sie da? Sagen Sie mal, was machen denn Sie da eigentlich heute? Nix, eh nix. Nix, sicher? Nix, gar nix. Nudeln verbandeln. Nudeln verbandeln. Ja. Und Sie, ich glaube, dass das Kunst ist? Ah, es ist schon Kunst. Wo fängt Kunst an und wo hört es auf? Na, anfangen tut es bei Kunstmann an Euroburgen. Kunstmann. Aber, ja, wo hört Kunst wieder auf? Bei 100 Millionen Euro. Bei wie viel? Bei 100 Millionen, glaube ich, hört es auf. Das ist dann der Kippe erreicht. Erst 100 Millionen ist Kunst nicht wert. Okay. Kann nicht sein. Was kann 100 Millionen wert sein? Naja, also, wie viel ist das wert? Wenn es fertig ist, circa 120. Euro. Ja, 120. Okay.